namaste meine freunde heute geht es um ein sehr wichtiges thema und zwar geht es um das thema meine gesundheitlichen veränderungen seit ich vegan geworden bin das heißt seit ungefähr zwei jahren was habe ich an mir fest selbst an mir selbst feststellen können gab es irgendwelche veränderungen das eigentlich ein sehr wichtiges video ja das interessiert euch wahrscheinlich hat sich da was getan wie fühlst du dich hat sich etwas verändert und deswegen wollte ich das natürlich nicht vorenthalten ich habe mir jetzt hier ein paar stichpunkte aufgeschrieben die werden wir jetzt einfach mal durchgehen und zwar punkt nummer eins ich hatte oder ich habe den herpes virus ja diese lippen herpes die man da kriegt eine ziemlich üble sache ich habe es gehasst wie die peste ich bin nicht mehr von die tür gegangen seit ich veganer bin seit zwei jahren also ich habe das ein bis zweimal im jahr habe ich das gekriegt seit ich veganer bin nie wieder ist nie aufgetaucht obwohl ich sogar genien genommen habe was die herbstviren angeblich füttert aber daran glaube ich nicht weil da gibt es auch schon eine gegenstudie deswegen ich glaube einfach nicht an thematik und ja das ist ein anderes thema dann das thema herz herz probleme sind bei mir in der familie verankert nicht nur cousine und so weiter also ein bisschen weiter entfernt sondern unmittelbar um mich herum ist es verankert und also veranlagt ja sagt man dazu und ich hatte herz stolperer ich hatte zwei verschiedene formen von herz problemen das eine war einfach der puls da geht ganz normal und dann gibt es halt diese diese unregelmäßigkeit herz rhythmusstörungen nennt man die und dann hatte ich ganz schnellen herz schlag ja dann habe ich eingeatmet vielleicht kennt das jemand von euch habe ich eingeatmet schnell und dann ging das weg wenn du tief einatmen ist dann ging das weg ist so ein komisches gefühl so auch beim einatmen dann springt das herz noch mal so ganz stark einmal oder schlägt ganz stark einmal und dann ist das weg also die zwei herz probleme hatte ich die hatte ich ja die ganzen probleme hatte ich wegen meiner ernährung die ich damals gefahren habe ja einfach ja ist was da ist trinkt den ganzen tag softdrinks ist abends deine schokolade dein fleisch was auch immer und ja das resultierte dann den ganzen mist seit ich veganer geworden bin nie wieder eine unregelmäßigkeit in meinem herz ja was schlägt wie ein uhrwerk ja da funktioniert alles bestens habe ich einfach in luft aufgelöst und ziemlich schnell auch als vegan geworden bin aber ich muss auch dazu sagen dass in den ganzen veränderungen da habe ich auch mit nahrungsergänzungsmitteln angefangen zum beispiel mit vitamin d das hat auch maßgeblichen einfluss auf diese ganzen sachen und ja aber nichtsdestotrotz husten habe ich gehabt also das punkt nummer drei husten habe ich gehabt ich habe mehrere monate am stück immer gehustet und in der bundeswehr ist auch so weit gegangen dass da die ärzte nicht mehr wussten was los ist dann muss ich sogar meine lungen röntgen lassen ja was der allerletzte weg ist und das sollte man nicht machen weil dann wird das herz auch durch geröntgt eine üble sache und es wurde nichts gefunden und ich habe wie gesagt vor mich hin gehustet immer weiter und jetzt ist es viel viel besser geworden ja ich bin zwar jetzt krank gewesen so ein bisschen also erkältung gehabt eine erkältung dann habe ich auch wieder diesen komischen husten gab der wieder länger gedauert hat als sonst aber wie gesagt es hat sich extrem verbessert zu damals ich war ich hatte ein kalender da habe ich angekreuzt wie oft ich krank war ja somit mit einem roten stift da kam manchmal fünf mal im jahr aus ja fünf mal im jahr war ich krank erkältungen grippe solche sachen und seit ich begaben bin einmal im jahr werde ich krank einmal kommt zu einer erkältung ihr habt vielleicht das video von damals gesehen wo ich ein video darüber gemacht hat dass wir das zurück bin und videos mache und ja einmal zu fünf mal ist eine ganz schöne steigerung ja und wie gesagt es verläuft ziemlich mild ich habe keine grippe oder sowas so was kriege ich gar nicht mehr ich gibt diese normale erkältung ja zwei drei tage fühlt man sich komisch dann läuft die nase und man hustet so klumpen raus und so weiter ganz normal abhusten des lungensekrets und so weiter nichts dramatisches ja also die krankheiten verlaufen auch anders einfach nur anders müdigkeit ich war früher auch über den tag oft einfach nur müde ja jeder kennt diese müdigkeit vor allem nach dem essen und sowas das ist auch so gut wie nicht mehr existent ja sowas ist sehr sehr selten dass sowas bei mir passiert ich hatte speck ja speck an den seiten wenn man bei mir an der an der talie ich glaube das heißt talien männer und solche sachen talien da wenn man da so lang geht dann hatte ich da so ein bisschen den diesen schwimmring jahren halt diesen fett an der seite und war so ein bisschen speckig halten auch im gesicht und so weiter da gibt es ein video in der diskothek da sieht man das ganze deutlich weil der gürtel da so eng ist ja dann sieht man so ein bisschen das habe ich jetzt gar nicht mehr ich habe wieder meine sag ich mal best form ja das ist alles knallgerade er ist gar nichts mehr mein sixpack kommt gut raus sieht gut aus und ja ich habe sehr sehr niedrigen körperfettanteil also ich bin dünn ja ich habe bmi von 20 und ohne das zu wollen also wenn man veganer wird dann fällt unweigerlich dein gewicht egal was du tust außer du nur kurz deiner ölflasche dann allergie ist auch einer der sag ich mal interessantesten entwicklungen die ich gemacht habe ist ich habe eine extrem verminderte allergie ja ich hatte eine ganz ganz schlimme allergie erkennt vielleicht meinen allergie videos da wirklich da bin ich fast ich wusste nicht mehr wohin mit mir ich habe dafür schon fast den verstand verloren da muss ich einfach manchmal stehen bleiben draußen und mich konzentrieren damit ich hier nicht den anfang kriege ja weil alles am jucken ist ja der rücken schwitzt ist klatschnass und das einfach innen drin juckt alles und das unerträglich sowas habe ich gar nicht mehr ja ich habe allergie dieses jahr hatte ich ja da muss noch ein video machen zur allergie 2015 da hatte ich zwei wochen lang allergie gehabt ja zwei wochen lang hatte ich dieses jucken innen drin ja so hat sich doof angefühlt ja aber wie gesagt kein vergleich zu früher das jahr davor hatte ich so gut wie keine allergie das ganze jahr überhaupt den sommer nicht das war absolute absolute wunderheilung sage ich mal ja ihr kennt vielleicht dann mein video von ich kann es noch mal verlinken unten und dann noch den letzten punkt den ich aufgeschrieben habe ist karies karies ich habe früher wie gesagt sehr viel dreck gegessen ja sehr viel süßigkeiten processed food und den ganzen den ganzen mist halt tiefgekühlte sachen fertig produkte und so weiter und immer wenn ich beim zahnarzt war war irgendwas ja da muss gebohrt werden da muss gebohrt werden wurzelbehandlung und soja üble sachen seit ich vegan bin exakt seit ich vegan bin wahrscheinlich dass durch die ganzen säuren die man im mund kriegt und so weiter und ich esse gar kein zucker ich mache ja clean eating der zwei jahren ich gehe zum zahnarzt und der zahnarzt sagt ja es ist alles okay es ist alles okay es ist alles okay und das ist ein verdammt gutes gefühl vom zahnarzt nach hause zu gehen und wer hat hier gerade gesagt ist alles okay das ist ein verdammt gutes gefühl könnt ihr euch bestimmt denken so das sind die punkte so die mir jetzt so auf die schnelle eingefallen sind die ich aufgeschrieben habe und falls mir noch irgendwas einfällt ja also wie gesagt ich bin ja von den allermeisten sachen geheilt ja das ist der absolute wahnsinn gesundheitlich was sich da verändert hat bei mir und ja ihr könnt auch ausprobieren ja vielleicht ändert sich da bei euch auch was ich bin mir ziemlich sicher dass sich da was verändert weil wie gesagt eine vegane ernährung das hat ganz anderen schwerpunkt der nährstoff werden du achtest halt darauf wirklich deinem körper das zu geben was dein körper braucht nicht was dein kopf braucht dein kopf braucht lecker lecker ja das was lecker ist nur das was lecker ist dass es nicht das was gesund ist du musst auf deinen körper hören was braucht dein körper mikronährstoffe und so für durch chemikalien sekundäre pflanzenstoffe antioxidantien enzyme und so weiter das ist das was wichtig ist nicht schokolade und nicht hier fast food oder soft drinks oder der ganze dreck ernährung ist alles leute ernährung ist alles so dass dazu zu diesem thema ich hoffe ich konnte euch da einen einblick geben und schreibt in die kommentare was ihr vielleicht für veränderungen selber gemacht habt ja und ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten video vielen dank